hallo-deutsch-schule.ch Hören und nachsprechen Lektion 1 Hör zu und sprich nach. Hallo Hallo Ich heisse Stefan Ich heisse Stefan Wie heissen Sie? Ich heisse Tina Ich heisse Tina Ich heisse Michael Ich heisse Michael Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Deutschland Ich komme aus Deutschland Welche Sprache sprechen Sie? Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Deutsch Ich spreche Deutsch Ich spreche Deutsch Ich spreche Französisch Ich spreche Französisch Ich spreche Französisch Ich wohne in Basel Ich wohne in Basel Ich wohne in Basel Das Alphabet Das Alphabet A wie Anna A wie Anna A wie Anna B wie Ben B wie Ben C wie Claudia C wie Claudia C wie Claudia C wie Claudia D wie Daniel 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 D wie Emma D wie Daniel D wie D wie Daniel F wie Franziska G wie Gabriel G wie Gabriel H wie Hans H wie Hans I wie Isabel I wie Isabel J wie Jonas J wie Jonas K wie Kevin L wie Lea L wie Lea M wie Michael M wie Michael N wie Nina N wie Nina O wie Oliver O wie Oliver P wie Peter P wie Peter Q wie Quentin Q wie Quentin R wie Robert R wie Robert R wie Robert S wie Sophie S wie Sophie T wie Tina T wie Tina T wie Tina U wie Ursula U wie Ursula V wie Vanessa 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 x wie Xenia y wie Yvonne y wie Yvonne z wie Zoe z wie Zoe ö wie Österreich y wie Südafrika y wie Südafrika z wie Schweden z wie Spanien z wie Spanien i wie Schweiz i wie Schweiz i wie Griechenland i wie Griechenland z wie China z wie Honduras z wie Honduras z wie Philippinen z wie Philippinen i wie Deutschland i wie Deutschland ich heisse Monika Müller ich komme aus Deutschland ich wohne in Zürich ich spreche Deutsch ich heisse Francesca Gomini ich komme aus der Schweiz ich wohne in Lugano ich spreche Italienisch ich heisse Eric Laval ich komme aus Kanada ich wohne in Genf ich spreche Französisch ich rufe ich rufe ich rufe